Goddrink Sterak, heiß mein Supporter. Oh, wir haben enemy im Team. QWE. Okay, es ist wieder Zeit für ein bisschen Horsey. Enemy schreibt direkt FF. Er weiß gar nicht, wie gut das ist. Achso, wegen Yumi schreibt der FF. Ich dachte wegen Hackerum. Warum droht enemy Minder botchlein? Lass hier botchlein doch impfen. Then I teach you how to play bots. Would you be good as a jungler? No. Not the best, but it's fine. You can play. Oh, ich bringe SnellXD. Kriegen wir unsere LP zurück? Ja, nein. I can't believe it's not the same, Gwen. Ich schaue ich los mal wieder. Macht mir mehr Spaß. Cool. Da hab ich mein Ghost gezündet. Naja. Naja. Er wird auch Börter genommen. Brrr. Brrr. Nice, I like it. Er spielt Ignite TP. Auch witzig. Okay. Stacks aufhalten. Try something klein. Hopp. Ich hab die Stacks. Nice, we did it. Okay. Stacks aufhalten. Oh, it worked. Actually, we did it. We'll throw the kill out. 2-minus ups. Oh, it worked. 2-minus ups. Wait. I need him. 2-minus ups. No, das war echtisch terrible. Envy, ist so blöd. Alter, ganz ehrlich, das war das aller schlimmste, dass Envy und dieser Typ gegeneinander spielen. Ach du Scheiß, what am I? Was lese ich dort? Ich habe immer noch Öl. Hm, ich habe ihn kennen, aber man trillt am Ende des Queers, ja. Die Scheiß ist so stark, Leute. Ich kann das gar nicht fassen, wie stark das ist. Also Predator. Das ist straight up absolut bonkers broken. Ja, wie soll man in diesem Gang zu leben? Ja, I agree. Wie soll man das überleben? Please. Ich bin immer noch Level 8. Wir fallen losflitzen. Envy? Okay. Oh, clean! Und der ist vielleicht sogar raus. Q, E. Nice. Actually, Envy hat seine Ego ist leider. Okay, der Blue hat sich gelohnt. Das ist aber so witzig, dass ihr meint, dass wir mit dem Predator losgehen. Und da ist ein Witzig. Aber wenn wir hier sind, dann geht's. Und da ist ein Witzig. Ich bin jetzt ein Witzig. Und da ist ein Witzig. Und da ist ein Witzig. Es ist eigentlich wie diese Games, warum ich in League spielen, wenn die Gegner mir einen Pushback geben, das ist die meisten Spaß. Als ob das nicht gereicht hat. Aber komm, jetzt müssen wir töten gehen, oder? Okay. Sollte ich das auch vorhin benutzen, also meine Smite verwenden sollen einfach zum Nachkommen. Alter, mach die Schaden, die Yumi, what? Okay. Sollte ich den Anjira? Okay. Sollte ich die Anjira. so schnell war ich jetzt irgendwie auch wieder nicht ich habe schnell die millions werden okay wenn du bis 500 Fuck, ich bin einfach so tot. Oh, ich bin klein. Oh, mein Ding ist tot. No! Ich werde dringend davon hätten ablassen. Wenn wir leben noch. Uh, clean von hier. Uh, clean von Envy. Okay. Spielt er auch in Genie Santa? Das ist der Spiel in Genie Santa, ne? Ne, das hat sich neun Meter entwickelt, nicht würzig. Erasing Role, even reduce divine CCD. Hm. Okay, geht's hier rein, oder was? Okay, Ende geht da rein. Ja, ich mach bald auch mit. Völfer wird aktiviert. D wird aktiviert. Warte. Okay, das war's. Gut. Das war alles. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Rambus mit Perthamon. Ich weiß bloß nicht, ob Ramus gut genug als Champion funktioniert. Aber die Idee hört sich nicht schlecht an. Oder ist Freddy gedodged, weil er keinen Bock auf meine Heckermatter? Vielleicht dodged er mich.